Was ist das denn wieder für den Scheiß? Jetzt geht er zurück. Kann nicht schon wieder dauern. Du weißt eine halbe Stunde in den Kackgeladen. In den Kackgeladen drin. Ich hab wieder so ne Tränen vor mir. Warte mal, ich hab das klein. Ohne Witz. Ich hab das klein. 3,52 Euro. Ich hab das klein. In 1 Cent stücken. Und bei 50 Cent sagt sie. Ja, fehlen mit 2 Cent. Sagt die Kassierin, ne machen wir schon. Ist schon okay. Ich nehm das hier, weil die haben immer ein paar Cent daneben liegen. Sagt die Oma, ne. Da beteil ich dann mit 50 Euro. Das ist viel zu früh für so nen Dreck. Das kann ich ja nie leiden. Meine Fresse. Diese Umschläucherei glotzig. Oh, wir müssen noch Rosek machen. Gute Laune und so. Stimmt ja. Gehört ja zu ihrem Video dazu. Was ist das denn? Ohne Witz, ne. Steht auf dem Bienen, hat ein paar Platz. Sitzt im Rollstuhl an der Kasse. An der Kasse saßt ihr im Rollstuhl. Sie sehen ja, ich kann ja überhaupt nicht aufstehen. Ich kann ja überhaupt nicht aufstehen. Geben Sie mir das mal alles in die Hand. Und ohne Witz. Kein Behindertenaufkleber am Auto. Und gerade wo die... Ich dachte ich fahr vom Glauben ab gerade. Ohne Witz. Steht aus dem Rollstuhl auf. Klappt den Rollstuhl zusammen. Und steigt in ihr Auto vorne ein. Was ist denn hier kaputt? Machen wir doch ein bisschen sinnlos Musik. Weil das Video muss ja schließlich bei Youtube auch wieder gesperrt werden. Und dann müssen wir natürlich Musik verhalten. In diesem Sinne. Machen wir mal. So, das müsste reichen, damit das Video gesperrt wird. Weißt du, die Lothar Montwear, ne? Die denken immer, weißt du, die denken immer, du ziehst... Oh Gott, Pfau! Die denken immer, du ziehst sonst überall weit raus in die Spur, du Affe, du! Ach, glaub nicht, die Krise, definitiv. Hier ist was los, ne, also, ah ja. Mich unterwegs, ja, neue Folgen. Wir werden sehr, 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 sehr viel Blödsinn reden die nächste Zeit. Ich geh mal sehr stark davon aus, ja? Wir werden sehr, sehr viel Blödsinn reden, wir werden sehr, sehr viel Rumschein... Öhh, Kotze. Äh, was warst du eigentlich schon, oder? Wir werden sehr viel Scheiße reden, jetzt werden sehr... Wieder, wieder... Schlaganfall. Das ist der Selbe, der am Realstand entgegengekommen ist, der fährt auch im Kreis. Ähm, wir werden wieder sehr viel Zeug reden, wir werden sehr viel unnützte Sachen machen, wir werden Unboxing machen, wir werden unterwegs sein, ich werd mir demnächst wieder, ja, so für Spaßfahrten oder so mal wieder einen Roller kaufen, mal 50 Kubik, ne, ist ja, scheißegal. Ne, wir werden ein bisschen Spaßfahren und so kaufen, den werden wir uns dann auch noch ansehen, ja, gucken wir uns mal an, was das für eine Kiste ist, wie schnell im Originalzustand ist und nachher. Jetzt müsste ich hier wieder drehen. Ha! Bööööö! Kein Bock, hier zu drehen, drehe ich lieber hier, weißt du, fahr lieber 5 Meter weiter, bevor ich mir die Scheiße wieder reintuhe, weißt du, jetzt mal ganz im Ernst. Ich hoffe, ich brauch nur einen Dämpfer vorne rechts, das ist auch nicht mehr normal, das hört sich ein bisschen gruselig an. weil jedes mal wir haben im moment auch wenn es hier haben wir keine bude jetzt wird das haus von außen noch gestrichen jetzt hast du dann ständig aber auch immer lasterweise die karten vor der tür stehen und da kannst du nicht vor der tür parken nachher hast du eine dalle im auto und weißt dann nach in diesem sinne ja also wir haben noch demnächst eine menge vor merkt euch das mal vor also wird demnächst eine menge kommen und ich hoffe man ja bock drauf ich hab bock drauf und da klettert einer gerade auf meinen balkon man sieht sich dann zeitig bei gelegenheit und so aber wie gesagt ich habe bock drauf ich freue mich darauf dass wir demnächst auch sehr viele videos miteinander erleben werden ich habe natürlich überhaupt keine fans was ein vorteil ist das heißt ich rede letztendlich wirklich mit mir selbst ich freue mich jedenfalls auf eine menge videos und wir sehen uns demnächst wieder ich muss jetzt hier den klopf finden weil meine display beleuchtung runter gedreht ist und ich weiß gar nicht wo ich bin aber in diesem sinne wir sehen uns oder nein doch ich hab mir hunger